Der VW Golf wurde vor 45 Jahren in den Markt gebracht und mittlerweile mehr als 35 Millionen Mal verkauft. Und jetzt zeigt VW den neuen, den Golf 8. Und der soll nicht nur der nachhaltigste und sicherste Golf sein, sondern auch der intelligenteste. Und ich schau mir jetzt mal an, was denn so neu ist am neuen Golf. Mit 4,28 Meter Länge und 1,79 Meter Breite liegen die Außenmaße des Golf 8 auf dem Niveau seines Vorgängers. Auch bezogen auf den Radstand mit nun 2,64 Meter und der Höhe von jetzt 1,46 Meter ist nicht viel passiert. Was jedoch wichtiger ist, der neue Golf ist sofort als Golf erkennbar. Besonders in der Seitenansicht findet man noch immer die typischen Golf-Proportionen sowie die charakteristische Golf C-Säule. Innen ist der Golf deutlich moderner geworden und so finden wir jetzt hier zum Beispiel serienmäßig ein 10,25 Zoll großes voll digitales Cockpit. Und das kann ich mir nicht nur wie gewohnt über die View-Taste einstellen, im Sinne von welche Ansicht möchte ich haben, sondern ich kann auch hier über die Rechts- und Linkstasten auswählen, welche Zusatzinformationen ich sehen möchte. Und kann die auch, wenn ich möchte, einfach ausblenden, um zum Beispiel die komplette Karte zu genießen. Wichtig ist aber auch, es gibt jetzt serienmäßig ein 8,25 Zoll Touchscreen hier in der Mittelkonsole, das man aber auch gegen Aufpreis auf 10 Zoll aufrüsten kann. Und das wiederum bietet unglaublich viele Funktionen, denn es ist komplett individuell anpassbar. Das heißt, ich kann hier Dinge einfach verschieben, wenn ich möchte, kann Inhalte verändern, je nachdem wie ich es haben möchte. Und ich kann vor allen Dingen auch, so wie hier zum Beispiel sagen, das gehört hierher, also Dinge von den Funktionalitäten, wie wir es aus dem iPhone oder von anderen Mobiltelefonen kennen. Darüber hinaus habe ich natürlich Live-Navigationsdaten, die hier zu nutzen sind. Hier habe ich die Möglichkeit, mir während der Route, während ich eine Route fahre zum Beispiel, Zwischenziele anzeigen zu lassen und die einfach per Drag-and-Drop in meine Liste zu ziehen. Wie man jetzt gerade schon sehen kann, ist das Ganze auch natürlich gestengesteuert. Wie ich finde, aber auch eine schöne Neuheit hier im Golf-Interieur ist hier unten diese Leiste. Das ist eine Touch-Leiste, wo ich hier zum Beispiel links die Temperatur im Fahrzeug verändern kann oder auch rechts und kann das Ganze aber auch mit zwei Fingern übers Wischen lösen. Finde ich, hier kann man das jetzt schön sehen, einfach rauf und runter mit einem Finger wischen. Außerdem habe ich hier in der Mitte eine zusätzliche Möglichkeit, Sachen anzupassen. Auch da geht wieder das Zwei-Finger-System, das heißt, ich kann hier mit zwei Fingern rein- und rauszoomen. An der Front fallen sofort die neu gezeichneten Scheinwerfer auf. Die optionalen IQ-Light LED-Matrix-Scheinwerfer mit ihren jeweils 22 LEDs leuchten die Straße je nach Fahrsituation immer perfekt aus. Hierzu werden Signale der Frontkamera, Daten des Navigationssystems sowie der Lenkwinkel und die aktuelle Geschwindigkeit analysiert. Zudem wirkt die Front des neuen Golf deutlich breiter. Ein Grund hierfür ist der nun deutlich breitere untere Lufteinlass. Auch die Heckleuchten sind ab sofort immer in LED-Technologie ausgeführt. Zudem bietet die Top-Version der Rücklichter das Umschalten der LED-Signaturen, den sogenannten Klick-Klack-Effekt. Zum Beispiel beim Bremsen. Mit an Bord ist hier zudem der dynamische Blinker mit Wischeffekt. Außerdem ganz neu hier im Golf sind die Bedienungen zum Beispiel hier links von dem Licht. Das ist komplett über Touch-Sensoren gelöst. Hier gibt es also keine Schalter oder Wählhebel mehr. Und das gleiche finden wir eben hier unten auch. Hier haben wir auch nochmal zum Beispiel die Drive-Mode-Auswahl. Auch die ist jetzt hier komplett über Touch-Sensoren gelöst. Also das Thema Kipphebel und kleine Drehregler, das suchen wir hier im Golf vergebens. Ebenfalls wichtig im neuen Golf ist, ich kann hier in der Mittelkonsole nicht nur mein Handy induktiv, also kabellos laden, sondern ich habe hier im Golf auch das erste Mal im Golf Apple CarPlay Wireless. Das heißt, das USB-Kabel ist Geschichte. Der Golf 8 bietet bereits in der Basis einen Spurführungsassistenten und das Umfeldbeobachtungssystem Front Assist. Hierzu gehören unter anderem die City-Notbremsfunktion, Fußgänger- und Radfahrererkennung, eine Ausweichunterstützung und ein neuer Abbiegeassistent. Optional wird der Golf noch komfortabler und sicherer. Mit dem IQ-Drive-System zum Beispiel halten nun auch die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung der Stauendeassistent und ein Ausstiegsassistent Einzug in den Golf. Neu hier im Golf ist die neue Sprachsteuerung und die spreche ich an mit Hallo Volkswagen. Und dann gibt mir das Fahrzeug die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen Hallo Volkswagen, mir ist kalt und hier drin wird automatisch die Temperatur gesenkt oder ich kann eben sagen Hallo Volkswagen, bring mich zu folgendem Ziel oder ich habe Hunger. Und auch darauf reagiert das Infotainment sofort. Für den neuen Golf gibt es sechs unterschiedliche Motorisierungen mit Leistungsstufen zwischen 66 bis rauf zu 180 kW. Wichtig ist für alle Motoren außer dem ganz kleinen 1 Liter gibt es ein DSG-Getriebe optional, der kleine ist ein Handschalter. Außerdem ganz wichtig, fast alle Motoren bis auf den TGI, also den Erdgasantrieb und den Plug-in-Hybrid sind sogenannte Mild-Hybrid-Motoren mit einem 48 Volt Bordnetz. Und wie angesprochen, es gibt den 1,5 Liter Evo hier als TGI, das heißt ein Antrieb mit Erdgas mit 96 kW. Und für alle, die teilelektrisch fahren wollen, gibt es außerdem den Plug-in-Hybrid mit einem 1,4 Liter Benziner da drin. Das ist entweder 150 oder aber 180 kW System-Output und der große, das ist dann der neue Golf GTE. Ein wichtiger Punkt, den wir hier ebenfalls komplett neu haben im Golf, das ist beim Automatikgetriebe die Schaltkulisse hier. Denn da finden wir eben keinen normalen Schaltknauf mehr, auch keinen normalen Automatik-W-Hilbe, sondern so einen richtig kleinen Joystick. Erinnert so ein ganz klein bisschen an, ja würde ich mal sagen, Spielzeug oder vielleicht ein Flugzeug. Aber auf jeden Fall eine völlig neue Optik und ansonsten ist der Golf von innen wie immer ein echter Golf, denn die Materialauswahl und die Verarbeitung sind hier wie von VW gewohnt. Das war es vom neuen Golf 8 und äußerlich hat er sich nicht so viel verändert, aber was wichtig ist, er ist immer noch sofort als ein VW Golf zu erkennen. Und wenn ich mir anschaue, was Volkswagen hier reingepackt hat, bezogen auf das Infotainment, auf das Thema Assistenzsysteme und vor allen Dingen auch beim Thema Motorenpalette, bin ich mir gar nicht so sicher, ist das vielleicht schon zu viel für den Kompakten, aber das schaue ich mir an, wenn ich ihn hoffentlich bald fahren darf. psychisch psychisch Vielen Dank.